Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der ÜEI Kanal. Mein Name ist Gunnar und euch habe ich wie immer etwas mitgebracht. Wir haben hier nämlich drei Überraschungseier. Genau, wir haben hier zwei Kinderüberraschungseier und ein MyDiddlePony Überraschungsei. Und wie immer, wir sind auch heute nicht alleine, heute haben wir etwas Hilfe durch ein Shopkin, durch jede Menge Shopkins sogar. Also, ich fange jetzt schon mal an mit dem ersten Kinderüberraschungsei. Ich frage mich, was hier wohl drin sein wird. Ja, dann machen wir doch einfach mal die Folie ab und dann kommt sicherlich die Schokolade zum Vorschein. Genau, hier haben wir die Schokolade und da drin ist natürlich eine gelbe Kapsel und da drin, ja, da ist dann unser kleines Spielzeug. Okay, also ich bin schon gespannt. Wir schauen jetzt einfach mal nach. Hey, wow, guckt mal. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein kleiner Affe. Definitiv ein kleiner Affe. Cool. Ich glaube, das sind sogar zwei Affen. Eine Affenmama mit ihrem Kind. Ja, definitiv eine Affenmama mit Kind. Sagt zumindest dieser Flyer hier. Und so sieht das Ganze dann tatsächlich aus. Wann habt ihr denn das letzte Mal einen Affen gesehen? Das war bestimmt im Zoo, oder? Wann wart ihr denn das letzte Mal im Zoo? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt. Und in der Zwischenzeit werde ich mit Apple Blossom, den Shopkin hier, das nächste Überraschungsei öffnen. Genau, wir haben ja ein Kinderüberraschungsei. Und das ist nur für Mädchen. Also, los geht's. Was wird hier wohl drin sein? Ja, vielleicht ein weiterer Affe oder ein anderes Tier. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir eine super coole Figur bekommen. Also, wirklich, drückt mir die Daumen. Ich kann schon kaum noch abwarten. Ich platze ja fast vor Neugierde. Ihr wisst ja, ich finde das immer so schrecklich spannend. Also. Und? Hm, das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Klar, das kommt uns bekannt vor aus einer unserer letzten Videos. Das haben wir nämlich schon mal gehabt. Wir haben hier so einen kleinen Drachen. Oder ist das ein saure? Ja, ich weiß gar nicht genau. Ja, ich sage mal, das ist ein Drache und kein saure. Ja, der sieht so ziemlich blau aus. Und der besteht aus einzelnen Scheiben. Und den kann man ganz einfach zusammenstecken. Und das werde ich jetzt einfach mal mit euch gemeinsam machen. Der muss nämlich zusammengebaut werden. So, ja, die Schwierigkeit ist natürlich, diese einzelnen Scheiben in eine richtige Reihenfolge zu bekommen. Und die dann auch noch richtig rumgedreht hier aufzufädeln. Aber ich glaube, das bekommen wir hin. Und genau. Ja, sieht aus wie ein Drache. Gefällt mir richtig gut. Aber leider haben wir schon mal so ein Spielzeug gehabt. Von daher nichts Neues. Hm. Okay. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Denn wir haben hier noch ein weiteres, ein drittes Überraschungsei. Ein My Little Pony Überraschungsei. Ja. Genau, was hier drin sein wird, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ja ein kleines Spielzeug mit einem Pony drauf. Kleine Figuren, kleine Ponyfiguren wird man hier drin wahrscheinlich nicht finden. Aber es gibt trotzdem ziemlich coole Spielzeugteile hier. So, jetzt kommt erstmal die Folie ab. Genau, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Die kommt direkt in den Müll. Und jetzt wieder der spannende Augenblick. Was werden wir wohl diesmal bekommen? Natürlich, herzförmige Süßigkeiten. Kleine Bonbons aus purem Zucker in rosa. Hm, das schmeckt total lecker. Dann haben wir einen Sticker mit, hm, ich weiß nicht. Ist das Rainbow Dash Twilight Sparky und Pinkie Pie? Okay. Und natürlich, ja, was ist das? Ein kleines Spielzeug. Das muss ich mit der Schere mal aufschneiden. Aber das sieht so aus wie eine Kappe, die man sich hinten auf den Bleistift draufstecken kann. Also eher ein kleines Schmuckstück, wenn man so möchte. Und hier hängt auch so ein kleiner Diamant dran. Kann man das sehen? Hm, ja, cool. Ein kleiner Glitzerstein. Der gefällt mir super gut. Also, was war euer Lieblingsüberraschungsei heute? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin schon gespannt, was eure Meinung ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann hier das nächste Mal wieder, wenn wir alle gemeinsam Überraschungseier auspacken. Also bis dahin, Leute. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020